Willkommen zum positive Affirmationen Podcast. Schön, dass du hier bist. Unsere Umwelt und mit Menschen machen es uns alles andere als leicht, immer gut gelaunt zu bleiben. Viele von uns leben in einem ständigen Zustand von Stress und Angst. Wir fürchten uns vor der Zukunft und haben immer wieder das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Dafür gibt es sicher viele Gründe, aber letztendlich liegt es daran, wie wir uns selbst behandeln, wie wir uns sehen und mit uns umgehen. Wir erschaffen unsere Realität. Und die Wahrheit ist, dass wir alle es verdienen, glücklich zu sein. Wir verdienen es jeden Tag zufrieden, energiegeladen, begeistert, inspiriert und motiviert zu sein. Kurz gesagt, wir haben ein Recht auf Lebensfreude. Denn diese Freude am Leben hilft uns auch, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen. So können wir auch mehr in Kontakt mit unseren Gefühlen kommen. Im Artikel zu dieser Podcast-Folge erfährst du, wie du es schaffen kannst, dein Leben mehr zu genießen und dabei immer eine positive Einstellung zu bewahren. Du findest den Beitrag im Blog auf unserer Website unter highenergymind.com. Im Text kannst du auch alle Affirmationen nachlesen. Die Affirmationen aus dieser Folge helfen dir, dein Leben voller Energie, Freude und Liebe anzugehen. Sie richten deinen Fokus auf das Schöne im Leben und ermöglichen dir, das Beste aus dir zu machen. Besonders effektiv wirken die neuen Glaubenssätze, wenn du sie regelmäßig anwendest und wiederholt nutzt. Je öfter diese positiven Überzeugungen dein Unterbewusstsein erreichen, desto stärker wird die Wirkung sein. Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung schreibst. Und jetzt lass uns gemeinsam mit dem Universum verbinden und öffne dich für deine Lebensfreude. Fangen wir an! Ich habe Energie und Lebensfreude im Überfluss. Ich öffne mich jetzt für die Schönheit des Lebens. Ich spüre und genieße meine Energie. Das Leben meint es gut mit mir. Ich freue mich über jeden neuen Tag. Ich entscheide mich für Gedanken voller Liebe und Freude. Meine Lebensfreude wird mit jedem Tag mehr. Ich bin im Einklang mit dem Universum. Voller Vertrauen und Zuversicht nehme ich alles Gute an. Ich bin voller Lebensenergie. Ich entscheide mich jetzt, das Beste aus mir zu machen. Ich bin hochmotiviert und voller Energie. Ich öffne mich jetzt für meine Lebensfreude. Ich bin im Einklang mit mir und dem Leben. Ich bin lebendig und voller Kraft. Ich bin lebendig und voller Kraft. Ich sehe das Positive in jedem Menschen. Ich liebe mein Leben. Ich habe Energie und Lebensfreude im Überfluss. Ich öffne mich jetzt für die Schönheit des Lebens. Ich spüre und genieße meine Energie. Das Leben meint es gut mit mir. Ich freue mich über jeden neuen Tag. Ich entscheide mich für Gedanken voller Liebe und Freude. Meine Lebensfreude wird mit jedem Tag mehr. Ich bin im Einklang mit dem Universum. Voller Vertrauen und Zuversicht nehme ich alles Gute an. Ich bin voller Lebensenergie. Ich entscheide mich jetzt, das Beste aus mir zu machen. Ich bin hochmotiviert und voller Energie. Ich bin hochmotiviert und voller Energie. Ich öffne mich jetzt für meine Lebensfreude. Ich bin im Einklang mit mir und dem Leben. Ich bin lebendig und voller Kraft. Ich bin lebendig und voller Kraft. Ich sehe das Positive in jedem Menschen. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben. Ich bin Follow-Date. Und da bin ichüdisch. Untertitelung des ZDF, 2020